Willkommen liebe Leute zu einem weiteren Trophytipp hier bei Far Cry 5, dies war der Hercynator. Dabei müsst ihr mit Herc Dropman Jr., also mit dem Sohn von Herc. Hier in Jacobs Region bin ich ja hier oben auf der Karte. Hier ist Ford Dropman, rechts neben Cheeseburger, dem Fangzentrum. Ist ja auch ein Stellreisepunkt, da werdet ihr automatisch hingeschickt durch die Story. Das heißt, die müsst ihr erstmal so weit triggern, dass euch der Herc schlussendlich seinen Sohn überlässt, mehr oder weniger freiwillig, um den dann hier in der Helfauswahl schlussendlich drin zu haben. Hier ist der Gutste. Den müsst ihr natürlich dann mit X auswählen und dem richtigen T-Pad, also jetzt ist ja hier das Analog-Pad abgebildet, mit links oben, rechts unten. In meinem Fall kann ich nur links auswählen, weil den zweiten Platz hier steht auch drunter. Den Vorteil Führerschaft habe ich nicht, deswegen kann ich nur links auswählen, deswegen ihm da den linken Button zuweisen. Dann haben wir den ganzen auch, steht auch nochmal auf der rechten Seite über Kills Gesamt, steht dran links zugewiesen. Das passt dann somit. Und die 15 Fahrzeuge, die ihr mit diesem zusammen hier zerstören müsst, lässt sich sehr einfach machen, wenn ihr hier auf der Karte seid. Geht irgendwo hin zu irgendeinem Fahrzeug spawnen, egal ob das jetzt hier zwischen hier oben der Helikopterladen ist oder da oben das Boot, ist Wurst. Oder hier in der Startregion bin ich jetzt einfach hier gerade schon mal in Force End. Hier ist das Autohaus. Das ist völlig egal, ob es jetzt Auto, Heli, Flugzeug, ja gut, Heli ist ja Flugzeug oder Boot. Na, dementsprechend ist, dann, sobald ihr da wärt, habt ihr ja hier ihn hier dabei mit seinem RPG. Und dann könnt ihr hierhin ein vorhandenes Fahrzeug einfach spawnen lassen. Natürlich hier in der Werkstatt jedes Mal. Hier das hier zum Beispiel einfach mit Dreieck auf Fahren gehen, spawnen lassen, ja bestätigen. Dann ist das Ding hier da. Ein paar Schritte zur Seite gehen. Dann die Pad, was wir dazugewiesen haben, nach links drücken. Und er geht ein paar Meter zurück, wenn er zu nah dran steht. Schießt das Ding ab, das eigene Auto. Boom. So, das war in dem Fall schon Nummer 1 von 15. Das Ganze könnt ihr jetzt dann einfach nur so lange wiederholen, bis es bei euch bling macht. Das wird definitiv so funktionieren. Und genau, das hier wieder spawnen lassen. Na, ein paar Meter weggehen, schon mal das Ziel markieren mit links. Und dann geht die Schoße gleich ab, wenn er es natürlich trifft und zerstört. Wobei er jetzt gerade relativ bescheiden steht. Der Trottel merkt es gerade selber nicht. Ähm, ja komm, geht nochmal dahin. Gut, ab und zu müssen wir ihnen dann selber sagen, dass er mal hier selber woanders hinlaufen soll. So, und jetzt dann auf das Auto drauf. Boom. Stopp. Ich denke mal, das Prinzip habt ihr verstanden. Das Ganze jetzt, in meinem Fall, das jetzt noch 13 Mal wiederholen müssen. Und die Trophy ist die eure. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Haut rein. Servus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.